ARD Text im Auftrag von Funk Er ist hässlich, er ist Tamm hässlich, ich will ihn nicht Der Arzt sagt so, wir können nicht wieder reinschieben Aber ich kann ihm anbieten, dass wir ihn nach der Geburt ins Tierheim schicken Seine Mutter, ne, sie war so einverstanden, ich scher Tamm, so eine Masche für ihn, ich scher Aber Dings, dieser Buddy, ne, er wird noch mies bekommen, ich scher, ist so Ey, du Mist gemacht, bist du dumm, oder was? Was denn, Digga? Was, Digga? Was, was? Guck mal, wie du aussiehst, du Knecht, Alter, ich scher Digga, hast du ein scheiß Problem, oder? Ja, hab ich, deine Körpertemperatur ist mein Problem, was ist los? Opfer, Digga, glaubst du, du bist Gangster, nur weil du Ohrläppchen hast, oder was? Glaubst du, wer du bist, warst und sein wirst, du Lauchala, ich scher Digga, weißt du, wie ich in mein Ghetto genannt werde? Ich werde Kunibald, der Erbarmungslose genannt, Digga, ich scher Was lachst du, du Schwule, Digga, und was lachst du, Digga? Habe ich dich lachen, oder was? Nein, hab ich dir erlaubt, zu lachen, oder was? Auf mein Telefon Äh Hallo, Sönke, na? Ja Du Sönke, ich sag dir ganz ehrlich, dieses Verhalten von Tillmann ist für mich ein absolutes No-Go Genau, richtig Sönke, Kommunikation ist ein Must-Have Genau, du sag mal Sönke, ich kann dir übrigens in zwei Wochen aus versicherungstechnischen Gründen mein altes Fahrrad aus dem Keller leider doch nicht leihen Genau, du, ich hatte mich nochmal bei der Versicherung erkundigt und ich würde die 20 Euro, die mich das Bicycle gekostet hat, bei einem eventuellen Schaden nicht wiederbekommen, weil du nicht auf das Fahrrad versichert bist Ja, 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 ja Genau, du und dann ist mir das Risiko doch zu groß, dass du mit dem Drahtesel gegen irgendeine Wand donnerst Genau, du wart mal grad meine Hemos Genau, Sönke, nur dass du Bescheid weißt, ich klär sowas schon immer gerne vorab Ne? Ja, mach's gut, bis dann, tschüss Ich schör, was macht die beiden so schwule Opfers an, wollt ihr mich provozieren, oder was? Jungs, ich sag euch nur eins, ne, ihr legt euch grad mit den Falschen an Wallah, ich schör, wenn ihr heil bleiben wollt, ne, dann rennt so weit ein Auge reit, ich schör, glaubt ihr, ich kenn Gnade, nur weil ihr nicht Jens heißt, oder was? Ich will ehre in die Gnade Was, lang? Was? Was? Jungs, ich fick euch gegenseitig, ich schör, Furnsohn, wenn ich euch ein Ding zieh, ne, ihr habt sofort Schädel Baselbruch, ich schör, kommt doch, was ist das, kommt doch Ich hab wieder mein Telefon, wartet ihr auf, was ich schör, ja Ach, Jünglein, wie geht es? Du Jünglein, ich will ein richtig leckeres Video für YouPorn drehen Genau, ich will erst mal ne Rottweiler-Dame mit der Zunge verwöhnen Und danach will ich es ne Taube anal so richtig besorgen Ach, lecker Du Jünglein, pass up, da klopft gerade jemand an, wart mal, oh Menschen Papa, du Feudel der Leidenschaft, was liegt an, Pirat? Du willst wissen, was heute Abend um 20.15 in RTL 2 drinne läuft? Du, das weiß ich nicht Ne, pass up, ich bin gar nicht in Haus drinne Ne, ich wollt gerade nach Niedel drinne und mir ne Packung Rinderhoden kaufen Ja ne, ich weiß nicht, was in RTL 2 drinne läuft Ne, weiß ich nicht Papa, ich weiß es nicht Äh, I, äh, J, äh, F, weiß es nicht Tschüss Jungs, ich schee, ihr regt mich so auf, Koran schaubs, ich schee, ich geb jeden von euch miesen Dreckig mit meiner Faust, ist so Ich erlabere mich nicht voll, Mann Was, meine Mutter? Hast du gesagt, meine Mutter schien aus dem Mund nach Kochsalz, oder was? Kommt doch, ihr Mist gefunden, ich schee, halt mich nicht fest, Digga Halt mich nicht fest, Digga, ich schee, Jungs, ich schee, ich ziehe euch tammene miese Faust, die Lutschers Wartet, ich schee, wartet Die Lutschers Blöh Hey, Süße Ja Ich schee, nein, hab ich nicht Nein, hab ich nicht Dig, Süße, warst du gestern msn? Nein, warst du vorgestern msn? Nein, willst du morgen msn sein? Vielleicht Ach so, Dig, Süße, ich schee, ich hab gestern so einen Typen gedded, ne Er ist so süß Ja, ich sehe es süß. Ja, er sieht so aus wie Mischung aus Brad Pitt und Gerhard Delling. Ja, ich sehe es so süß. Er heißt Billy. Ja, Billy. Ja, ich sehe, der ist süß, ich habe mir Studi-Vorzeit angemeldet, ne? Ja, und? Ist doch egal, dass ich nicht studiere. Man kann trotzdem. Ja, ich sehe, das sind auch so süße Boys. Ja, ich sehe, ich suche nachher diesen Billy. Und dann gruschel ich ihn. Ja, ich sehe, süß, ich bin gleich am erzählen, soll ich auch. Bist du stört? Ich sehe, ich komme auch. Ja, bis gleich, süße. Ciao, süße. Ciao. Jungs, ich sehe, ich fick eure ganze Familie in meinen Arsch. Ich sehe, ich reiße euch eure Nasen durch heraus. Ich sehe, zerfetzt eure Fußnägel, ihr Mistgewirr-Malag. Geld werden was nervst du so. Ja? Was willst du denn schon wieder, Papa? Du willst dir den HSV-Schal ausleihen? Ja, Papa, du, das ist Denise, ihr Seiner. Ja, du, das weiß ich nicht. Nee, Papa, da musst du schon zu sie gehen und sie fragen. Ja, tschüss. Ich sehe, wir wärmen uns jetzt kurz auf. Und danach gibt es miese Beulerei. Wallah, ich sehe. Hade, Jungs. Zweierlein, ey. Zweierlein. Hade. Und dann, ich sehe, wir haben ihn ehrlich miesen Schädel Baselbruch gegeben, ich sehe. Ach, laber nicht, Dika. Ganz ehrlich, was glaubt ihr, wer ist? www.badidika.de www.badidika.de